Ich habe sie gehört. Jake hat noch einen RDA-Zug ausgeschaltet. Ardmore macht wohl mehr Druck. Hoffentlich kommt er damit zurecht. Ja, der Kampf dort drüben ist nicht einfach. Da sollen wir hin. Ist alle. Draußen liegt schimmliges Essen. Die Wüstung steht hier gut. Hier steht nur... Wo soll ich denn jetzt hin? Sie ist im Hauptquartier des Widerstandes. Sprich mit Pri, ja. Ach, da ist sie ja. Die Erde? Die Erde? Die Erde erzählte davon. Hat sie euch alles erzählt? Sie ist, naja, verloren. Weil wir nicht für sie gekämpft haben, als wir die Chance hatten. Also kämpfen wir nun für eure. Wir werden hier etwas bewirken. Gemeinsam. Oh, Solek sucht auch nach dir. Hab ihm versprochen, ich denk dran. Sag ihm das. Die Luftqualitätsfortschritten. Äh, warte mal. Was hab ich jetzt gemacht? Wer dumm? King? Aha. Und was ist das hier? Möchte ich reden. Vielleicht weiß er, wie ein Ort zu helfen ist. Er ist in Erwartung. Er ist in Erwartung. Und hier? Sprich mit Solek. Ach so, das ist anders. Zerstöre LDA-Einrichtungen und Außenposten, um die Umweltverschmutzung einzudämmen. Was sehen wir denn hier, welche? Was ist das da? Was ist das? Ahnenfähigkeit. Das sind solche Sachen. Wie findet man diese Dinge denn? Hä? Hä? Na, mal gucken. Ach so, ich sollte noch auf die andere Aufgabe umschalten. Ja. Das Spiel hier nennt sich übrigens Jagdbuch. Nein. Ähm. Äh. Quest. Äh. Hier wollten wir weitermachen, ne? So. Er ist in Erwartung. Das Spiel nennt sich Avatar Frontiers of Pandora. Hier ist der alte Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. In der Gier weiterzumachen. Das ist meine Navi-Sicht. Die sprechen das so seltsam aus. Hier ist der Klamottenfried. Ist er da? Sei einfach cool. Liefere Teile wie ein normaler Mensch an Anker. Hier scheint er zu sein. Du hast dich gut geschlagen. Ah. Haben die Menschen dich auch ihre Waffen gelehrt? Nein. Die RDA hat meinen Clan abgeschlachtet. Mit Kugeln zerfetzt. So habe ich gelernt. Ich weiß, wie man sich als letzter seines Clans fühlt. Die Menschen und ihre Waffen sind hier, um Leid zu bringen. Die Menschen hier waren einst RDA. Und ich werde sie daran erinnern. Wir sind nun verbündet, aber es ist nicht ihr Krieg. Sie kämpfen für den Geist ihrer Welt. Wir kämpfen für unsere Heimat. Letztlich hat Mösser seinen Willen bekommen. Wir sind Soldaten. Du bist nicht das, wozu sie dich gemacht haben. Du bist Navi. Hab Geduld. Fangen wir damit an. Ich habe es für dich gemacht. Mein eigenes Lied? Wie das meiner Mutter. Alle Navi tragen eine. Sie zeigt die Reise deines Lebens. Und erinnert dich daran. An ihrem waren mehr Perlen. Jede Perle bedeutet einen wichtigen Augenblick für den Träger. Ich habe eine aufgezogen. Für deine ersten Schritte zur Freiheit. Erschaffe eigene Erinnerungen. Neue Lieder in deinem Herzen. Ich hoffe, das können wir. Rinella will wirklich wissen, was es heißt, Sarentu zu sein. Aber bei der Tarsiu schien nur verwirrt. Aufgebracht. Ewa zeigt uns, wer wir sind. Und wer wir sein können. Aber sie erinnert auch an das Verlorene. Für dein Volk ist das eine schwere Bürde. Der Hinterausgang ist etwas versteckt. Er könnte dort sein. Wähl weise. Suche in den RDA-Einrichtungen nach Dienstplänen und bringe sie zu Solek. Er bietet dir im Austausch Objekte an. Aha, 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 aha. Wir haben unser erstes Design. Gib acht. Solek. Blitzanlegebohnen. Besserer Herstellungsentwurf. Guter Herstellungsentwurf. Ich habe immer... Da haben wir aber... Das könnten wir machen. Ausrüstung, Munition. So, wo haben wir denn so eine Werkbank? Hier war doch irgendwo eine. Ist das eine Waffenwerkbank? 16 Schaden. So, beginne mit der Herstellung. Wie soll ich das jetzt machen? Fünf. EF herstellen. Ich habe gar nicht geguckt. Jetzt ist der Bogen etwas besser. Cool. Und kann ich hier auch was? Da fehlen mir Moos. Ach, da steht das denn drin, was man braucht. Und hier fehlen mir Fasern. Fasern und Moos. Hier ist nichts los. So. Irgendwann. Mein Beutel. Warte mal. Wir haben ja hier so eine... Kosmetik. Accesoire, Aussehen, Kosmetik. Keine Kosmetik verfügbar. Ich dachte, wir hätten was gekriegt. Ich habe doch einen anderen Bogen hergestellt. Bin ich dem nicht? Ja. Ausrüsten fallen lassen. Dem... Aha, guck mal. Dann geht das da hoch. Langbogengriff. Horizuiger Griff. Haben die irgendwelche... Hm, was ist hier? Das ist die Sehne. Das ist nur das Erscheinungsbild. Hier ändert sich gar nichts, ne? Ach so, wir haben ein Objekt. Cool. Kann wir das hier auch machen? Mods. Das ersetzt das Erscheinungsbild. Genau. Aha. Und hier? Das haben wir ja gemacht, ne? Da habe ich mehr... Da habe ich einen Schaden. Haben wir hier irgendwas? Kosmetik? Aussehen? Ich habe keine Aufkleber. Gut, dann lassen wir das jetzt. So. Ich habe hier gegessen, aber es war einfach zu lecker. Suche nach Zeichen von Noah. Forschungsbereich im Hauptquartier des Widerstandes außerhalb. Jetzt müssen wir hier raus. Jetzt müssen wir hier raus. Da müssen wir lang. Da oben ist das. Wir haben jetzt so viele Menschen, Freunde. Huch. Jetzt hat es mal gehakelt. Kohle, Rüstung. Hast du die gemacht? Ich spare mal noch. Ich habe ja nicht so viel gefunden. Wo kommen wir denn hier raus? Ich will wieder raus. Warte mal. Ich kann mir das ja auf der Karte anschauen, glaube ich. Wo sollen wir denn jetzt hin? Glockenzweig. Jobbuch. Nee, Jagdbuch. Quest. Wir haben die doch ausgewählt. Auf Karte anzeigen. Geh. Achso. Das muss ja hier auf dem Gelände sein. Ich habe jetzt gedacht, das ist weiter weg. Ach, bin dann vorbeigelaufen, oder wat? Da liegt mein Gammelessen immer noch. Da hinten. Oh. Bin tief gefallen. Oh, ich muss gleich niesen. Hier liegt was. Nein, Tech-Log von Telen. Telen's technologisches Entschiedeite später. Achso, achso, achso. Erwachen. Achso. Schimmelige Eier. Favorit hinzufügen. Achso, und das Rezept, das andere Rezept ist scheiße. So, ich, ich brauche immer ein bisschen. Ah, hier geht's nicht. Hör auf. Ah. Wo ist denn das jetzt? Hä? Jetzt ist es weg. Jetzt ist es hier unten. Ist es doch in der Station drin? Doch da drin. Und ich kletter hier hoch, mühevoll. Ah, hier finden wir noch was. Das brauche ich. Das habe ich gerade beschlossen. Hier kann ich ernten. Hä? Kann ich nicht? Doch jetzt. Achso, ich habe tausendmal gemacht und immer noch falsch. Was ist so? Oh. Ich lasse es bleiben, macht keinen Sinn jetzt hier, der hing zu fest, cool. Ah, hier sehe ich jetzt Spuren, hier. Aber die hören doch denn da auf, da drauf, hier, innerhalb des Questgebiets. Ich verstehe es nicht. Wo soll sie denn hin sein? Ich sehe Spuren, die genau hier lang gehen. Jetzt sind wir nicht mehr innerhalb des Questgebiets. Jetzt sind wir innerhalb des Questgebiets. Das ist ja... Das ist ja... Naja, bisschen... Ich weiß jetzt nicht... Und der Suchung starten. Ach hier! Nur muss hier lang gekommen sein. Okay, denk nach. Nur hat die Basis verlassen. War definitiv hier. So, das habe ich nicht gesehen. Muss hier durchgehetzt sein. Der Geruch... Oh ja, folge dem Geruch! Eine Goa, jetzt geht's. Pria, hörst du mich? Ich habe die Spur von Nord bei den Klippen verfolgt, aber seine Fährte verloren. Ich glaube, er hat einen Fluss überquert. Er ist sicher nicht weit weg. Vielleicht wollte er nur ein wenig erkunden. Vielleicht. Ich klettere jetzt weiter. Klettern? Ich finde jetzt hier nichts, was als Spur liegen könnte. Hier können wir weiter. Das ist so ein Heil-Ding. Ja. Hehehehe. Da können wir weiter klettern. Warum dieser Ring? Was will der mir sagen? Dass ich da hoch muss? Wie kommen wir da hoch? Und so nicht. Ich sehe jetzt hier auch nichts, ne? Oh. Oh. Ja. Und nun? Jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Hallo, Spiel. Da oben sollen wir hin. Ja. Toll. Das ist alles schön. Ja, geb ich zu. Aber sinnloses Rumraten ist nicht so schön. Hey, Sotle. Bist du da? Ich glaube, Nor ist in der Nähe. Vielleicht könntest du mit ihm reden? Über deinen Clan? Sotle? Alma und ich überprüfen eines der anderen Lager. Kein Mux dort. Du klingst besorgt. Du klingst besorgt. Die Himmelsmenschen breiten sich weiter aus. Ob sie es gefunden haben? Sotle! Ich komme da nicht hoch. Von hier sind wir gekommen. Hm. Hehehehe. Hm. Wie ein Beter, alter Mann. Ich muss da irgendwie hoch, aber... Nee, das wird nicht. So kommt er nicht. Na endlich. Das ist ein bisschen weit. Ich dachte, das ist ja fast wie ein Jump and Run hier. Oh. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Baum hochklettern kann er nicht. Warum eigentlich? Das geht. Ich mach's einfach mal. Trau mir mal. Das geht. Ich mach's einfach mal. Trau mir mal. Das ist aber weit. Das ist aber weit. Boah. Da springen. Ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Es tut mir leid, Zerentu. Ich hab's versaut. Man kann ja auch nicht speichern oder so. Das ist einfach nur... Ach, kacke. Muss ich das ganze Ende zurück? Nachher ist es ein ganz einfacher Weg. Ja, ich seh das hier. Aber das sagt mir jetzt gar nichts. Vielleicht ist er auf einer der Klippen. Ja, und weiter? Na, das funktioniert nicht. Ich mach ja schon den Sprung hier. Da macht er den zweiten nicht. Ja, es ist sehr verfummelt hier. Was ist das? Ah. Ach. Jetzt seh ich wieder nicht, wo wir hin müssen. Können. Hin müssen können. Das nützt mir doch auch nichts. Da komm ich doch auch nicht weiter. Ich muss da hinten irgendwo hin. Ah. Runtergerutscht. Ich mein, das ist schon so ein Riese, aber hier rüber gucken geht nicht. Na gut. Wenn ich da oben bin, machen wir weiter, ne? Ich find's ein bisschen komisch hier. Bei Regen soll man, die sind die glaube ich besser oder so. Bedeutet das das vielleicht? Ich glaub das war schon gar nicht so schlecht da hinten rauf. Da oben muss ich wieder hin. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.